Mit der Aktiv Energy Graphic Laufhose von Adidas tust du nicht nur dir etwas Gutes. Denn ein Teil des Verkaufserlöses geht an Wohltätigkeitsorganisationen, die Krebsaufklärung betreiben. Auch funktionell hat die Laufhose einiges zu bieten. Sie ist dank der verwendeten Funktionsfaser leicht und natürlich auch atmungsaktiv. So machen deine Workouts im Studio und deine Läufer an der frischen Luft so richtig Spaß. Mit ihrem legeren Schnitt macht sie all deine Bewegungen mit und schränkt dich dabei nicht ein. Zwei Einschubtaschen und eine Reißverschlusstasche bieten Platz für deine Laufutensilien. Genieße dein Training und tue Gutes dabei mit der Adidas Aktiv Energy Graphic Laufshort. An area von colour aufazujeитсяige Sahibliche компании an der Reißverschlusstasche. So machen wir heute eine Prima-az vaya.